hallo zum freitags video hier bei marius fliegendose heute zeige ich euch noch eine weitere adams und zwar in der klassischen bindeweise dazu habe ich eingespannt ein tunker te 15 white gape in der größe 10 als bindefaden benutze ich wie auch in dem letzten parachute gezeigt ein uni 8 0 in der farbe kamel ist ein braunton ich lege den bindefaden an mache meine grundwicklung als schwänzchen nutze ich wieder fiebern vom cock de leon in hell und in dunkel diese mische ich dazu zupfe ich mir einfach ein paar fiebern und der feder ab von der hellen und ein paar von der dunklen lege diese aufeinander und rolle die ein klein wenig in den fingern dadurch verteilen sich die einzelnen fiebern und mischen sich sehr schön als schwänzchen oben auf den haken eingebunden gehe ich einmal zurück und spreize mir das schwänzchen auf und gehe mit meinem binde faden nach vorne die überstehenden haare vom schwänzchen schneide ich kurz ab aus einem grizzly cape habe ich mit zwei federn entnommen da brauche ich die spitzen als flügel diese lege ich übereinander gleichmäßig und binde diese nach vorne stehend mit ein zwei wicklungen ein und ziehe mir die hässchen ein ganz klein wenig zurück diese klappe ich jetzt nach oben mach ein paar stützwicklungen und dadurch stellen die sich auf und mit einer achterwicklung sichere und fixiere ich die flügel meine binde faden bin ich nun den rest ein und die gleichzeitig nach hinten als dubbing verwende ich hier ein graues super fein das ist ein trockenfliegen dubbing was schon vor imprägniert ist ich dubbe mir eine portion auf ich binde faden auf und bilde mir meinen körper ein bisschen ausrichten die behäschelung besteht aus zwei häscheln einer braunen und einer grizzly farbenen ich benutze hier lange sattel häscheln weil die adams für mich hier keine schöne fliege darstellt eine gebrauchspflege die kann ruhig im häschel bereich ein bisschen wuschelig sein ich bin ich bin zunächst zunächst die grizzly ein und direkt daneben die braune fixiere diese auf dem haken und schneide mir die kiele nach vorne weg weg ich beginne mit der grizzly farbenen häschel ich mache zwei wicklungen hinter den flügel klappe diese zurück und mache dann nochmals zwei bis drei wicklungen vor dem flügel streife mir die häscheln nach hinten zurück sichere mir diese und schneide die feder ab und nun gehe ich mit leichten zickzack bewegungen durch die grizzly häschel mit der braunen häschel hindurch vorn angekommen streife ich mir auch wieder die nach vorne stehenden fiebern ein wenig zurück fange mir die häschel mit meinem bindefaden ein und schneide diese kurz ab gleichzeitig noch ein wenig die häschel jetzt kommt mein mein röhrchen wieder zum einsatz auf die fliege drauf geschoben ich halte dabei immer auch mein mein bobbin stramm klappe ich die meisten haare jetzt die meisten häschel nach hinten was hier absteht schneide ich jetzt schon mal kurz ab wo ist mein wick finisher da und mit einem wick finisher beende ich die fliege klappe das röhrchen wieder zurück und schneide den bindefaden ab als letzter schritt wird die fliege jetzt vorn das köpfchen noch mit einem bisschen flüssigem lack gesichert und hier ist mir wieder ein wenig ins öhr gelaufen bisschen mit der spitze der häschel durch reinigen mit diese flasche direkt wieder zu drehen flügel noch ein wenig ausrichten und fertig ist die klassische adams wohl eine sehr bekannte fliege in grau ihr könnt diese auch ohne diese flügelspitzen binden ich bin absolut kein fan von den ganzen flügeln in trockenfliegen etc bei meinen fliegen die ich fische benutze ich diese fast gar nicht die adams hat wohl schon sehr sehr viele fische gefangen ist ein sehr sehr bekanntes muster in den usa sehr sehr beliebt da hat jeder fliegen binder und jeder fliegen fischer ein paar muster davon in seiner box ich spreize noch ein bisschen das schwänzchen hier so gibt diesem muster auch mal eine chance falls ihr dies noch nicht kanntet leicht zu binden mit ohne flügel überlasse ich euch ich wünsche euch bis dahin viel spaß am wasser die saison ist ja eröffnet dicke fische große oder auch kleine und dafür hübsche bis zum nächsten mal euer marco bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Untertitelung. BR 2018